In der neuen Woche kommt Bewegung ins Wetter. Es drohen teilweise Gewitter mit schweren Sturmböen. Derzeit ist die Wetterlage vergleichsweise ruhig. Ein Hochdruckgebiet sorgt jetzt am Wochenende dafür, also das Hoch hier über dem Atlantischen Ozean, dass wir erstmal die Ruhe vor dem Sturm erleben können. Der Hochdruckkeil reicht jetzt hier direkt zu uns, sieht man hier an der Strömung im Uhrzeigersinn, rund um das Hochdruckzentrum westlich von uns. Aber die Wetterlage wird sich zu Beginn der neuen Woche komplett umstellen. Das Sturmtief über Skandinavien, hier über der Ostsee, sorgt an seiner Rückseite für den Zustrom polarer Kaltluft. Die ist hochreichend labil geschichtet. Das bedeutet, es können sich Gewitterwolken entwickeln. Und diese Gewitterwolken verursachen große vertikale Windbewegungen und können den Höhenwind auch runter transportieren. Das heißt, in den Gewittern drohen teilweise schwere Sturmböen. Nicht nur am Montag. Das nächste Sturmtief zieht dann am Mittwoch durch. Dann ist die Wetterkonstellation eine ähnliche. Also viel Bewegung beim Wetter. Dagegen ist es derzeit relativ ruhig. Aber die Glättegefahr ist noch relativ hoch. Speziell in den Frühstunden des Samstags in Sachsen und auch in Bayern. Ansonsten ist dann Wetterberuhigung angesagt. Im Laufe des Tages ziehen die Schneeschauer so langsam ab. Aber im Norden kommen dann neue Regenwolken auf. Möglicherweise in der Nacht zu Sonntag und am Sonntagvormittag sogar gefrierender Regen. Stellenweise ist nicht ausgeschlossen. Sonst im Süden, abseits des Nebels, viel Sonnenschein. Und dann kommt eben richtig Bewegung ins Wetter. Am Montag zieht erst mal eine Front durch. Die bringt teilweise kräftige Niederschläge. Zuvor Sonnenschein, vor allem südlich der Donau. Aber dann dichte Wolken und Schauer werden da hinter der Front dann nachfolgen. Teilweise mit graubem Schneeregen und im Norden auch mit Blitz und Donner. Und gerade wenn diese Gewitter durchziehen, kann es richtig heftig abgehen. Viele Wolken sind am Dienstag unterwegs. Sie bringen teilweise Regen. In den Mittelgebirgen auch Schneeflocken. In Tiefenlagen ist es eher Regen. Südlich der Donau dann insgesamt am freundlichsten. Und dann kommt das nächste Sturmtief mit großer Entschlossenheit dann am Mittwoch auf uns zu. Erneut kann es Graupelgewitter geben. Sehr turbulentes Wettergeschehen. An den Folgetagen bleibt es wechselhaft und im Flachland mild.